So, hier ist eure Colt Angel. Ja, habt ihr ja lange nichts von mir gesehen und gehört. Aber ich habe einen Luftballon für euch. Ja, mal gucken, ob ich das mal kann mit dem Aufkusten. Sieht schon schön aus, ne? Schmeckt auch noch so, wie immer. Schmeckt auch noch so. Der ist ja schon fest. Aber ich glaube, da geht noch was rein. Was sagst du? Ja, da geht noch was rein. Schmeckt auch noch so, wie immer. Schmeckt auch noch so. Schmeckt auch noch so, wie immer. Du willst wohl nicht, hä? Na, warte. So, jetzt bin ich super. Schmeckt auch noch so. Ach. Ach. Schmeckt auch noch so, wie auch immer. Schmeckt auch noch so. So, das ist es, ich probiere jetzt, bei der Entdeckung blues. Der wollte ewig nicht, naja, aber ich habe ihn doch platt gemacht. Schöne Grüße aus Dresden! Tschüss, bis zum nächsten Mal!